Guten Morgen, liebe Beratung an der Freunde. Ja, guten Morgen. Ein kurzes Lebenszeichen hier von uns aus Brutenhof. Nachdem jetzt, ich weiß nicht wie viele Leute schon geschrieben haben, auf alle mögliche Wege im Gästebuch, per E-Mail und unter die Videos, was denn los sei, ob es uns nicht gut geht oder mir nicht gut geht. Es geht mir sehr gut und ich mache einfach nur ein bisschen Urlaub hier von YouTube. Aber es wird jetzt noch bald weitergehen mit Videos, aber so circa zwei Wochen wird es noch dauern. Ich werde mit Celine jetzt noch auf Tour gehen bald und ich schätze mal so in zwei Wochen werden dann die ersten Videos wiederkommen. Ja, das war eigentlich alles, was wir sagen wollten und dann sagen wir was jetzt wieder. Tschüss, liebe Beratung an der Freunde. Tschüss. Bis in zwei Wochen circa. Hoffen wir mal. Wer den Daumen nach unten gibt, der kriegt von mir den Arsch voll.